Die zu veräußernde gut gepflegte 3-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Bergisch Gladbach. Die Immobilie wurde 1980 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, eine Einbauküche, eine Gästetoilette sowie zwei Parkplätze. Die Wohnung befindet sich in den Beide, in die Wohnung des Kurses und die Husten des Kurses. Die Wohnung befindet sich in den Kursen und die Wohnung des Kurses. Die Wohnung des Kurses ist in den Kursen des Kurses und die Wohnung des Kurses. eine Wohnfläche von ca. 90 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 182.000 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Untertitelung. BR 2018